Was geht ab, meine Freundin und damit herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir machen weiter. Wir sind jetzt in Meridian und müssen jetzt hier diesen komischen, ähm, Deval finden. Äh, okay, mein Ziel ist wieder behindert im Kopf. Gehen wir einfach mal hier lang erstmal. Alter, dieses Ziel, ne? Das macht mich irre. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah, Ziel? Zeig's mir. Wo denn? Alles klar, jetzt ist sie wieder hinter mir. Das ist so behindert, dieses Ziel, ne? Alter Belli, ey, da muss ich hin. Kurva. So. Lenkt mich am Sack, ey. Ohne Scheiß. Oh, was haben wir hier? Eine, wow. Vorratskiste mit 13 Metallscherben. Yay. Darauf habe ich mich schon immer gefreut. Leute, ähm, ich habe jetzt leider noch nicht, wirklich die Zeit gehabt, beziehungsweise noch nicht wirklich, ja gut, sagen wir die Zeit gehabt, ähm, mich um das Thema Heilung suchen, äh, zu beschäftigen, oder drum zu kümmern. Ähm, denn ich habe heute noch mal ein neues Spiel ausgepackt. Oder ein neues Spiel angefangen. Naja, gut, das werdet ihr ja sowieso erst. Naja, das Spiel ist heute schon online, bevor ihr den Part seht. Egal, vergessen wir das. Ich habe einfach keine Zeit gehabt. So. Oh, leil, ey. Mützchen auf. Boah, tritt der wieder eine Tür ein, Alter. Der ist so brutal, der Kerl, ne? Okay. Hier tropft alles voller Lohe. Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Sieht so besonders groß aus. Eisen, Kupfer, chemische Sprengstoffe gesichert mit berührungsempfindlichem Detonator. Oh, wow. Holy shit. Okay, ich will das nicht berühren. Jungs, keiner fasst das Ding an. Klar soweit? Was haben wir hier? Noch so ein Ding. Alles klar. Das war wieder ehrend, nicht jetzt, okay. Ja. Okay, dann probieren wir das Ding zu entschärfen. Nicht jetzt. Ja, aber, achso, jetzt begutachten. Okay. Und da oben das untersuchen. Ja, begutachten. Achso. Wenn wir die Explosion viel schwächer sein. Was haben wir für ein Ziel hier wieder? Wenn wir uns hier loswerden, wird die Explosion viel schwächer sein. Muss ich hier irgendwie injizieren? Okay. Ah, okay. Alles klar. Und jetzt haben wir die Scheiße darunter schmeißen oder was? Ja. Auch nicht gerade schlau. Aber gut, okay. Probieren wir es. Und schmeißen wir die Scheiße mal runter. Ja, aber ey, Junge, nicht wieder treten, ja? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohre fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Äh, und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Alles klar. Ja, aber da unten sind doch auch Häuser und so, ne? Oh lol. What the fuck? Das ist aber eine ganz schön mächtige Explosion. Alter. Okay, ich glaube, ich muss nochmal die Einstellungen ändern. Ja, noch, aber viel war da jetzt nicht mehr. Viel Luft. Dazu müsste er in den Palast einbringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück. Nur zur Sicherheit. Ich seh mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. He, im Hintergrund feiert er schon rum. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Er sieht doch irgendwie ein bisschen aus wie Super Mario. Eine Explosion. Ja, eine Explosion. Stell dir vor. Oh lol. Hier sind noch so. Hast du wahrscheinlich dann in dem Palast, ne? Da ist so ein Audio. Ne, doch nicht. Also hier waren gerade so Kisten. Die habe ich schon gesehen. Ähm. Aber die sehe ich nur auf dem Radar. Okay. Ja, genau. Geht mal da hin. Geht mal da hin. Löscht mal dort Feuer. Besser ist. Wollen wir hier was? Achso, ich muss die Spur verfolgen. Okay, aber das mache ich jetzt halt erst mal noch nicht. Das ist die Jägerloge. Nur Mitglieder und geladene Gäste dürfen hinein. Wir dürfen eingeladen. Du kommst ganz aus dem wilden Osten, nicht? Ja. Da hast du sicher unsere Jagdgebiete gesehen. Was da? In jedem finden Jagdprüfungen statt. Wenn du eine bestehst, kriegst du ein Abzeichen. Die Halbsonne. Mit Dreien bekommst du Zutritt. Jetzt fort mit ihr. Achso. Und lol. Ja, und da sind aber diese Dings drin. Wahrscheinlich diese Kisten. Okay, ich denke mal, ich muss hier lang. Ja. Mal aus der anderen Richtung kommen wir, ja. Boah, ich muss mich gerade übel anstrengen, leise zu reden. Weil, ähm, ich glaube, ich habe mein Programm viel zu sensibel eingestellt. Und dann fängt er wieder an zu kratzen. Weil ich musste das gerade umstellen. Für, ähm, ja, für nur ein anderes Game. Wo ist das? Vorratsbehälter, das ist draußen. Hier in der Ecke. Nein, dann ist das noch weiter draußen. Den will ich eben haben. Da. Bei Wegen. Ja, ich brauche halt Heiltränke. Hahaha. Immer noch. So. Hier endet die Spur, oder was? Oh, da konnte ich irgendwas machen. Achso, da war wieder. Spurauswahl aufheben. Nein, will ich ja nicht. Wo ist jetzt hier, achso, hier runter. Ah, hier unten geht's weiter. Hier muss der Wal den Zünder zusammengebaut haben. Oh, nein. Er hat die Wand durchbrochen. Mieser Panzerknacker. Der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. Ja, gut, aber den Weg haben wir jetzt auch gefunden. Und den können wir jetzt zurückverfolgen. Und dann gucken wir mal. Achso. Was hier abgeht. Na, guck mal, da hat er sich eine Leiter gebaut. Da ist er. Okay, aber wir können ja noch nicht boxen. Okay. Ähm, wir müssen noch runter. Alles klar. Komm, spring. Spring da rüber. Eloi. Please. Bitte. Ach. Achso. Und jetzt? Achso, darüber. Okay. Aber ich frage mich, wie der D-Pfeiler in solchen Abständen da reinhauen konnte. Immer so ein bisschen mysteriös finde ich das. Okay. Aber egal, wir sind oben. Das heißt es dem hinterher. Guck, guck, guck. Ich will so gern den Sonnengott auf Knien sehen. Hör auf zu Nolging, Mann. Irgendwer muss hinten sichern. Sicher du lieber deinen Hintern. Das nehme ich mit. Söldner, Söldner oder wir sehen beide. Und den einen denke ich kann den stillen Schlag erledigen. Und den, oh, wow. Wow. Kann der so einen Sprung, alter. Sprungangriff machen, alter. What the fuck, ey. Jawohl. Einen Heiltrank gekriegt. Oh, der geht schon fast wieder drauf. Fünf Metallscherben, aber ey, wir finden hier wieder Heilung. Geil. Welch ein glücklicher Zufall, dass ich dann keine Heilung mehr gesucht habe, wenn wir hier wieder welche finden. Geil. Okay. Hier ist eine Treppe. Die müssen wir hoch. Obala. Da. Und jetzt müssen wir dem Deval hinterher. Da ist Heilung. Da ist nichts. Okay. Heilung. Die Pilze. Die aussehen wie Penisse. Okay, da war nichts. In der Esche. Gehen wir mal hier hoch. Oh, da ist er. Oh, Leute. Der zitternde Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag lebwohl zum Meridian Award. Riech den Gestank. Und schluck die Asche. Da stimmt was nicht. Ja, ach ne. Ne, selbst die grinst. Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein, es sollte ein Feuersturm sein. Und keine kleine Rauchwolke. Okay, jetzt müssen wir erstmal den König hier befreien. Das Ding zerstören. Weil wir haben ja, Gott sei Dank, unsere coolen Köpfeuerer, die wir dem aus Hütte geklaut haben. Ähm. Jetzt müssen wir aber mal eben gucken, ob wir hier nicht noch irgendwo so ein Ding entfinden. Weil ich meine, ich hatte letztes Mal hier was übersehen gehabt. Hab ich beim Schneiden gesehen. Das hinter dem Award bei unserem letzten Gespräch mit dem, ähm, so eine Glyphe oder sowas da stand. Also da komme ich nicht zwischen. Oder da lag, so eine Tondatei. Deswegen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier war, wo wir mit dem gesprochen haben. Äh, und schon wieder halb tot. Und lol, ich wollte die Dings haben. Äh, was macht ihr jetzt, ne? Alles klar, voll der Fail. Was hat das Spiel jetzt aufgegangen? Achso. Ah, jetzt konnte ich. Okay. Alles klar, so. Und die bleiben trotzdem erstmal liegen? Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ah ja, glaubst du, ja? Ach süß. Was ist das? Ist das so ein Rassler, oder? What the? What the fuck? Alter, ey. Übertreib mal, Junge. Warum lässt er war bloß immer seine Frauen für ihn kämpfen? Ich muss dir schon mehr mehr geben, Tod. Ich habe eine Armee. Oh lol. Falten und verwüster getötet. Eine will ist gar nichts. Okay. Wenn du das so sagst. Ich habe eine Armee. Das ist einfach ein Mensch. Falten und verwüster getötet. Eine will ist gar nichts. Batz in deinem Kopf, Junge. Du musst ein Pfeil im Kopf hängen. Achso, der ist tot. Oh lol. Batz. Es ist nicht vorbei. Nice. Wo ist der schöne Pfeil? Das ist mein Bastler Weissmann. Man braucht einen Notfallplan. Was ist das? Ach, der ruft jetzt. Ah, okay. Oh shit. Nein. Diese Vögel wieder. Ich mag die doch nicht. Okay, der kann die Viecher rufen. Diese majestätischen, mörderischen Glitzer habichte. Glitzer habichte? Na ja, sie sind grau habichte. Was laberst du? Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Oh wow. Na. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Es ist noch die Sache etwas leichter. Batz. Okay. Der ist down. Da ruft er noch mal ein paar. Hier kommt Langeweile auf. Ach. Muss ein grau habicht sein. Ein fliegender Raubjäger. Ach. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Au. Voll in den Rhein geht der echt. Keine Muni mehr. Achso. Ey. Ich hab den falschen Pfeil benutzt. Ich hab auch einen Pfeil im Kopf, Alter. So. Jetzt kommt auch Damage an. Überbrücken. Ach. Fuck. Ich wollte eigentlich mal so ein Vieh überbrücken und... Denn ich frag mich, ob ich da auf so ein Vieh fliegen kann. Ah. Ich hätte gerade in den Doppelschuss gelandet. Ich hab's schon in den Morin gehabt. Wo ist er? Im Eis zu stehen ist scheiße. Da kommen ganz schön viele, ne? Kann das? Ich mach mal im Looten. Also irgendwo muss hier ein Nest sein, ey. So viele Viecher wie hier sind. Muss den doch nicht erstmal den... Den Sender aushand nehmen, oder? Wow, wow, wow. Okay, das Vieh ist eh zu hoch. Wow. Hab ich Reflexe, ey. So, du Miststück. Bah, mitten ins Herz. Nice. Dem hab ich richtig gegeben. Au. Okay, du Vieh. Du bist auch down. Haben wir sie alle? Jawoll. Oh, der gibt was blaues. Und grau hab ich Herz. Okay. Na, der ist jetzt nicht so unbedingt... Der Beste vom Besten. Aber egal. Wir haben's. Na, alles, was wir haben, ist gut, ne? Oder kann halt nicht schlecht sein. So. Die packen wir auch mal aus die Kiste. Jetzt haben wir, ähm, ein paar Heiltränke wieder. Sechs Stück. Das ist sehr gut. Vielleicht finden wir hier noch ein paar. Da haben wir nochmal eine Kiste. Okay. Und jetzt sollten wir den noch looten. Der hat hier den ganzen Palast zerstört, der Drecksack. Mal rede mit der Wahl. Ich kann noch mit dem reden. Okay. Oh, lol. So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte. Töte ich dich, Kärzchen. Ich hab gedacht, der hat mir jetzt den Heimaufon gehabt. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Errand, wirst du es versauen. Ach. Jetzt kuscht er wieder. Ich weiß, wovon ich fürchte, nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten, also wieder mal anderen. Heutz mal. Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. Ah. Na, loyal ist er. Yo, 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 is er. Aber ich glaube, ich hätte mich anders entschieden. Wenn der meine Schwester umgebracht hätte, hätte ich mich, glaube ich, anders entschieden. So, okay. Okay, wir müssen hier lang. Aber zu erwart. Bitte, ich muss mich einen Moment sammeln. Ich glaube, Errand will mit dir sprechen. Ja, jetzt haben wir drei Ziele. Da ist zwei und drei und eins ist dahinter, oder was? Ja, eins war das. Okay. Gehen wir mal hier lang. Ja, komm, wir gehen auch kurz mit Eren quatschen. Eloy, ich dachte gerade an Ersa. Sie hätte derweil sofort getötet. Ich weiß es. Darum wollte sie sich mit ihm treffen, um ihn zu töten. Und sie sagte, ich soll erwachsen werden. Ich gebe zu, es tat weh, als sie das sagte, aber ich nehme es mir zu Herzen. Und erwachsen sein, heißt dann wohl, das tun, was man soll. Und nicht das, was man will. Richtig? Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handel nicht so, oder? Bei der Wahl schon. Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht. Weil du ein guter Hauptmann bist. Hör bloß auf. Sonst weine ich noch. Ah, die wären bestimmt geil aufeinander. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gaddist Ehrend? Ich reise jetzt erst einmal zum Anrecht. Ich besuche meinen Clan und wir werden Ersa würdig bestatten, wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet, wenig reden, viel trinken. Was glaubst du machen die Osserer mit der Wahl? Erstmal werden sie lange darüber streiten. Aber egal, wie es ausgeht, es wird schmerzhaft. Damit kann ich leben. Aber es sei es auch. Ich glaube, ich schaue mal in seiner Zelle vorbei und erzähle ihm davon. Tja. Ich weiß, du musst gehen. Mörder finden, Maschinen bezwingen, alles vor dem Frühstück. Schön kleiner Scherz. Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Und vergiss mich nicht, während du da draußen die Welt veränderst. Ich hasse es, dir das nach all dem sagen zu müssen. Aber es steht noch ein Kampf bevor und ich brauche deine Hilfe. Helis und seine Fanatiker kommen nach Meridian. Keine Zeit zum Durchatmen, was? Aber keine Sorge. Ich bin für dich da. Der hat sich bestimmt übel dick verknallt in die. So, Leute. Wir machen jetzt aber einen kleinen Cut. Ich werde nochmal meine Programme checken, weil hier irgendwo, glaube ich, nicht so ganz stimmt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, diese kleine Mission mit diesem Vogelnest, dann lasst mir eine Bewertung da. Und ich will hoffen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen.